das play folge mycraft so der ofen der brennt das ist sehr schön der kann man weiter brennt wir wollten ich brauche ich weiß nicht ob ihr letzte folge gesehen habt ich glaube schon ich brauche das hier und davon brauche ich jede menge davon kann ich gar nicht jede menge herstellen weil ich nicht mehr so viel bruchstein habe mist 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 da müssen wir erst mal wieder eine spitzhacke habe ich noch wie viele spitzhacken haben wir allgemein haben wir noch eine kann ich noch mal mitnehmen brauche ich wieder bruchstein habe ich jetzt gar nicht darauf aufgepasst dass wir bruchstein brauchen aber ist nicht schlimm den holen wir uns so aber leute ihr seht es es wird immer besser hier unser bullwerk aber mit 24 kommen wir nicht weit mit 24 kommen wir nicht weiter können wir erst mal das hier noch mal bauen ich wollte eigentlich was anderes nehmen aber 24 ist er nicht soweit ich mal für die reihe hat es gereicht okay so dann werden wir uns halt einfach mal so ich will dahin leute ich will dahin dann graben wir uns wir können uns hier direkt rein graben machen wir direkt hier okay hier kommen wir schon raus das ist hatte ich aber jetzt nicht so gedacht okay dann machen wir das einfach so okay dann muss ich mir hier noch mal was anderes einfallen lassen ich wollte da oben hin kommt ich mach mal zu ich wollte da oben hin das werden wir auf jeden fall auch noch zu machen, eieieieiei das hatte ich mir jetzt anders gedacht dann werden wir das mal aufwand anders verschieben so das haben wir dann werden wir noch mal kurz dann werden wir uns noch mal kurz ein bisschen hineinarbeiten in den Felsen da brauchen wir auch nicht mehr ganz so viel glaube ich eine Reihe könnten wir noch machen, dann haben wir erstmal das Ziel erreicht können wir gleich noch mal ein bisschen Bruchstein sammeln dann müssten die öfen auch fertig sein sondern machen wir das schon mal muss ich da mal gucken aber eigentlich müsste das reichen hier sollen ja dann die großen tore hin was ist das hier ja hier waren wir ja wegen unseren wegen dem finger kohle die wir hier gefunden haben aber das ja weg gemacht so dann machen wir erstmal die reihe noch weg so kriegen wir noch ein bisschen schön was unsere letzte spitzhacken wenn die kaputt ist dann müssen wir uns auf den weg machen um erze fahren zu gehen aber jede menge weil dann haben wir keine spitzhacken mehr und mit stein spitzhacken hier anfangen habe ich gar keine lust so haben wir dann gleich mal noch nach oben eine reihe jetzt kriegen wir noch mal schön bruchstein den wir gleich brauchen für unsere zäune das ist sehr schön dann machen wir noch mal diese reihe hier und dann lassen wir das erst mal sehr schön ja was wollte ich denn dann machen ja stimmt jetzt weiß ich was ich machen wollte das können wir auch gleich machen weil wir haben so viele aufgaben hier was heißt aufgaben so viele sachen die wir erledigen müssen was wir alles noch machen können so dann noch das hier dann gehen wir noch mal ganz kurz einmal nach vorne die vier dann lassen wir das erst mal so stehen das passt sehr schön so dann werden wir noch mal sowieso dunkel wir werden jetzt sowieso mal schlafen gehen und wenn wir mal in unsere hütte gucken der stein müsste auch nicht komplett fertig sein so jetzt werden wir erstmal gut das ist fertig jetzt werden wir erstmal bruchsteine kümmer was wollten wir herstellen haben wir auch mal sehr schön viele hergestellt das ist schön dann kann da war gerade irgendein error unser erster error das kann raus das können wir hier hin tun das können wir behalten so ja so kann auch mal jede menge steine herstellen sondern haben wir hier noch hier noch hier noch und hier noch ohne jawohl haben wir noch welche versteckt nein so dann haben wir das so schlafen wollten was in links error fehler beim auflösen der tastenkombination ok ich hoffe das beeinträchtigt uns jetzt nicht so laufen wir mal wieder aus unserer basis ja es nimmt immer weiter gestalt an leute was ich auf jeden fall schon mal machen kann und will ist dass hier hier noch mal ein bisschen struktur schon mal rein bringt zack 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 und hier schließen wir das mal dann gucken wir mal von außen wie es aussieht ja das sieht doch schon besser aus das sieht doch schon viel besser aus das machen wir nächstes mal weiter so hier hoch dann können wir hier weitermachen da soll Ni so zack 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 Mistous in der jank bei mir so so ihr hier schließen wir das mal wie weit wir kommen soweit könnten war dann lassen wir es glaube ich auch nur so weit das hier noch mal weg muss er nicht gleich sagen weil hier ist der berg auch immer gut hier mal viel zu viel weg gemacht da bin ich sowieso noch überlegen was wir hier machen ich glaube das schütten wir einfach noch mal hier wieder auf aber erst mal zack so wir haben davon noch mal genug so zack können wir hier ein anbauen aber bitte nicht zu schnell bauen so zack zack dann sieht das besser aus auch noch mal einer hin sehr schön machen wir das auch noch mal so und jetzt gucken wir noch mal hier hatte ich jetzt 4 1 2 3 4 so 1 2 3 das müsste sich ausgehen 1 2 3 4 passt sehr schön aber hier nur ein machen also als ecke oder können wir erst mal so lassen aber hier auch noch mal zack gleich 1 2 3 4 zack zack das müsste der hier sein 1 2 3 passt sehr schön haben wir schon mal das dach so leute dann werden wir welche seite ist denn das mal ein zack 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 der hier und der hier dann brauchen wir mal hier bauen wir mal weiter ich finde das schon fast zu dick da muss ich noch mal ein bisschen überlegen da natürlich nicht hin ach so ach so ja ha 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 falsch so natürlich so natürlich wollen was sagt 2 2 3 3 2 so dass auch 6 weg so haben wir sehr schön datata dann wendet jetzt will ich mal kurz gucken da nicht hin wenn wir jetzt leute ist alles neu für mich hier also was heißt neu ich habe das so in kreativen modus nicht gebaut deswegen aber ich finde das schon so besser nur den mittleren wir machen das wir gucken mal wie das ist weg weg wir machen in der mitte so und hier machen wir so müssen wir den machen wir hier so den müssen wir dann so setzen genau hier kommt so einer hin und der kommt so hin ja das passt doch und der muss so hin der muss auch noch mal anders so und sehr schön so aber leute wir sind am ende dieser folge ich würde sagen wir machen nächste woche am dach weiter ich danke euch fürs zuschauen und bis dahin auf wiedersehen und tschüss